Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung.de. Mein Name ist Florian Günther und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es, wie unschwer zu erkennen, um das Thema Bitcoins. Ich habe mich hier von einem Zeitungsartikel, ich hoffe man kann es einigermaßen lesen, also die Inhalte sind jetzt sehr klein gedruckt, das weiß ich. Ich habe mich da inspirieren lassen von diesem Zeitungsartikel und habe mich auch schon immer gefragt, was sind das eigentlich? Diese Bitcoins sind ja 2008 erfunden worden und ich möchte euch heute so ein bisschen die Vorteile und die Nachteile darstellen und ich hätte einfach gesagt, wir fangen mal an. Also Bitcoins ist eine digitale Währung und hat jetzt bereits so den Ruf, ähnlich wie Gold zu sein. Es wurde 2008 erfunden von einem unbekannten Mann. Es gibt zwar ein Pseudonym, das im Internet verbreitet ist, das lässt erahnen, dass es irgendwie aus Asien kommt, aber es ist nicht gesichert, dass es so ist. Von dem her, man weiß es nicht, wer es erfunden hat. Es wurde allerdings 2008 erfunden. Und Bitcoins sind eine digitale Währung, denn sie entstehen bei Rechenprozessen. Also wenn in Reihe geschaltene PCs eine Rechenleistung erstellen, Blockchain, so nennt man das dann auch, dann entstehen und umständen diese Bitcoins. Und der große Vorteil, wir kommen jetzt auch zur Nummer 1, es ist, genau wie Gold, nicht beliebig vermehrbar. Also es hat eine Obergrenze bei 21 Millionen Bitcoins und die Erstellprozesse werden auch schon immer, immer langsamer. Das heißt, am Anfang 2008 war es möglich, mit diesen Rechenprozessen 50 Bitcoins zu erstellen. Wie genau das funktioniert, das dürft ihr mich leider nicht fragen. Oder wenn ihr es wisst, dann sagt mir vielleicht das unten in den Kommentaren. Also ich wäre auch dankbar, wenn ich das wüsste. Und mittlerweile ist diese Erstellrate auf 12,5 reduziert worden. Und das wird auch immer weiter fallen. Und genau das maximal, die maximale Anzahl an Bitcoins ist 21 Millionen. Und der zweite große Vorteil, es ist keine staatliche Währung. Es ist unterliegt keiner staatlichen Kontrolle, genau wie das Gold. Finde ich persönlich sehr sympathisch. Denn wir sehen es jetzt hier in Europa, sobald ein oder mehrere Staaten eine Krise haben, wird Geld gedruckt und es führt zu Geldentwertung. Leute, die Gelder auf Sparbüchern horten, die werden tatsächlich enteignet. Ich habe da auch schon einiges drüber gesagt, aber wird er wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr drüber bringen. Deswegen beteiligt euch an Produktivkapital, beteiligt euch an Unternehmen, das ist jetzt aber nur am Rande. Also Bitcoins unterliegen keiner staatlichen Kontrolle, was aber gleichzeitig Fluch und Segen ist. Denn sie hat auch den Ruf, irgendwie die Währung der Kriminellen zu sein. Und der letzte Anstieg, der wird zurückgeführt aus den asiatischen Ländern. Denn China hat Kapitalkontrollen eingeführt. Man kann nicht mehr so viel Kapital außerhalb des Landes bringen. Und deswegen steigen sie um auf diese kryptische Währung, um da halt eben die Gelder zu transferieren. Was jetzt angeblich dann auch zu dem Anstieg, dem jüngsten Anstieg, jetzt hier Anfang 2017 geführt hat. Jetzt kommen wir aber dann auch schon zu den Nachteilen. Also Nachteile aus meiner Sicht. Sie sind handelbar. Es gibt auch Börsen dafür. Das sind digitale Börsen, klar. Aber es ist nicht gerechtfertigt. Oder es gibt keine Garantie, dass wenn ich heute, sagen wir mal, 100 Bitcoins habe, dass ich sie dann auch in einer Stunde tatsächlich zu wirklichem Geld transferieren kann oder austauschen kann. Und mir dafür meinetwegen Essen oder eine Wohnung oder wirkliche immaterielle Werte kaufen kann. Also das ist nicht sichergestellt. Du kannst nicht darauf wetten, dass dir jemand deine Bitcoins abnimmt. Das ist der eine Nachwahl. Und das andere ist, es wird heutzutage tatsächlich auch schon in ein paar Online-Shops, ich habe schon ein paar gesehen, die Bitcoins annehmen. Ich kann jetzt aber nur mal sagen, welche das waren. Und hier ist aber auch das Problem, dass wenn du diese Bitcoins einsetzt, dass dieser Transferprozess, also von Konto A zu Konto B, der dauert relativ lange. Und von dem her ist hier halt diese Handelbarkeit aktuell nicht super toll. und als Value-Investor muss ich sagen, für mich persönlich ist es aktuell mehr Spekulation. Was aber auch daran liegt, dass ich einfach zu wenig darüber weiß. Das sind jetzt sicherlich nur grobe Überblicke. Wenn du, wie gesagt, mehr dazu weißt oder vielleicht Links hast, wo man mehr dazu lesen kann, immer jederzeit gerne, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.